WAVE ACADEMY Clicia-free ist, dass man nicht zu viel Importanz auf Identität und dann nicht zu viel Importanz auf andere Identität. Das ist für mich Clicia-free. Die Brille abzunehmen, durch die wir ganz oft unsere Welt auf eine sehr begrenzende Art und Weise wahrnehmen und damit einhergehend auch die Möglichkeit zu eröffnen, wirklich tiefer zu gucken in das eigene Potenzial. Sich Gender und Diversität sowie auch sprachsensibel zu zeigen und nach Möglichkeit frei von Schubladendenken zu sein und eben auch so zu handeln. Frei von Verurteilungen und Vorurteilen zu sein, denn erst so können wir unser wahres Potenzial entfalten, unsere Persönlichkeit zeigen. Die WAVE ACADEMY für digitale Medien steht für ein Miteinander unterschiedlichste Menschen und das macht uns klischeefrei. Die WAVE ACADEMY fördert und unterstützt von Anfang an geschlechterunabhängiger Berufswahn.